hallo im fall julia f das sehe ich den landrat heiner scheffold in der direkten verantwortung für die psychische situation in der sich die zweijährige julia derzeit befindet die julia wurde ja im november 2018 vom jugendamt alp donau kreis es ist der kreis in dem der landrat heiner scheffold der landrat ist wurde die julia vom jugendamt alp donau kreis herausgenommen vor nun über einem jahr und im juni hat das amtsgericht ulm entschieden die julia muss zurück und es hätte eigentlich seit dem ersten juli 2019 passieren sollen sie wird nicht zurückgegeben und ihr wisst ja ich habe euch in videos unterrichtet dass die julia immer öfter regelmäßig nachts wach wird zum teil stundenlang schreit andere kinder beißt diese wut und aggression in sich hat und das deutet alles auf eine bindungsstörung hin die die julia hat eine traumatisierung die durch die wohl offenbar illegale herausnahme bei ihren eltern vor über einem jahr verursacht wurde und der landrat heiner scheffold weiß von diesem fall mir wurde gesagt dass ihm ein fax zugeschickt wurde nach dem gerichtsbeschluss damit man den eltern den eltern mit behinderung mitteilt wann und wo sie das kind zu sich nehmen können da kam bis jetzt meines wissens keine reaktion vom landrat heiner scheffold es wurde nichts gemacht das kind ist immer noch nicht bei den eltern und es schreit nachts und ist offenbar traumatisiert und leidet unter einer bindungsstörung des kindes zwei jahre alt und so etwas kann doch nicht sein das wirklich erschütternd und der landrat heiner scheffold trägt hier meiner meinung nach die politische verantwortung dafür was hier sein jugendamt macht und es stellt sich die frage ob er behindertenfeindlich ist und hier absichtlich ein zweijähriges kind derart belastet indem ihm seine eltern genommen werden weil sie eine behinderung haben dass dieses kind eine psychische störung wahrscheinlich eine extreme psychische störung davon tragen wird ist es das wert läuft hier was falsch oder hat der landrat heiner scheffold keine ahnung was in seinem jugendamt geschieht auf jeden fall trägt er die politische verantwortung für die julia f tun sie was herr scheffold wenn ihr weiterhin auf dem laufenden bleiben wollt was die freifarm videos angeht dann abonniert unseren kanal und vergesst nicht auf die glocke zu klicken damit ihr wirklich über alle neuen videos informiert werdet tschau